Wenn auch nur eine Rosine verdorben ist, kann man den ganzen Käsekuchen vergessen. Renn mal die letzte Rosine noch mal hin, aber so ist es viel besser, wenn du den Raum mitnimmst. Hebt noch eine drüben auf. Sofort aufhören! Sofort aufhören! Wir können uns nicht erlauben auch nur auf eine einzige Rosine zu verzichten. Ach so, ein Unsinn! Es ist ein weit verbreitetes Gerücht, dass in jeden Käsekuchen mit Rosinen auch Rosinen gehört. Die besten Käsekuchen mit Rosinen sind Käsekuchen mit Rosinen ohne Rosinen. Glaub dir wohl kein Wort! Warum? Warum? Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten.